So wir sind da. Was wir jetzt machen werden ist, wir werden jetzt hier unsere beiden Städte soweit. Einmal mit, ja wir bauen das hier so. Ja, nehmen wir das hier geradeaus lang. Dann, wir brauchen keine Preiböcke. Die suchen wir nicht. Auch keine Schilder. Ich hätte gerne. Aber auch keine Bäume und Wald, keine Brücken und Straßen, keine Brückenköpfe. Ich brauche das nicht. Schallschutzwände, genau, die habe ich gesucht. Nehmen wir jetzt hier vorne. Hier haben wir 60 Meter. 120. 180, dann schauen wir, wie lange die Strecke hier überhaupt ist. 240. 300. 360. 420. 420. 440. 450. Ich würde sagen 455 gefasst. Das ist jetzt ein bisschen blöd, dass wir uns vorhin noch irgendwie irgendwas kaltes dazwischen setzen. Doch, ich glaube, so ist... Ich glaube, so ist uns ziemlich gut, wenn wir das hier so machen. Ähm, dann heißt es natürlich jetzt hier wieder Terraform und wir müssen wirklich uns mal schnell darum kümmern, dass wir hier... Wobei, so langsam aber sicher kommen wir schon Personen hin. Das ist ja schon mal gut. Ähm, eine gewisse Erreichbarkeit ist gegeben. Ähm, was ich hier zwischengern hätte, sind Büsche. Wo sind die? Wo finde ich jetzt Büsche? Halleluja. Ist das nicht mein Fragezeichen? Bitte. Nein, natürlich nicht. Aber das ist ja Industrieanlager drin, das ist schon mal gut zu wissen. Ähm, das sind Steine. Weitestellen. Gleis, Büsche. Büsche. Ach, Gott sei Dank. Können auch. Wir können unsere eigenen Felder erstellen. Ist das jetzt nur ein Planer? Okay. Ähm, hallo? Ja, gut. Das ist jetzt ungünstig. Vor allem, weil er jetzt wieder so viele laden muss hier. Das ist ein Painter. Hm. Aber Painten? Dann müssen wir gleich mal gucken. Erstmal machen wir ganz kurz Baumwerkzeuge. die nämlich Backbüsche hinstellen. Vor allem kommen ein paar Büsche hin. Hier ein paar Büsche. Hier ein paar Büsche. Hier ein paar Büsche. Hier ein paar Büsche. Hier noch ein paar. Hier ein paar. Hier noch ein paar. So, jetzt können wir das Ganze hier wieder einmal terraformen. Boah, wir machen hier schon wieder viel zu viel arbeiten, ne? Ich habe das Gefühl, wir müssen doch irgendwann noch den keine Kosten mod anmachen. Einfach nur, weil wir jetzt hier am Anfang schon wieder so viel einfach schon am Anfang dafür gucken, dass irgendwelche Streckenabschnitte, die noch nicht mal in Betrieb sind, dass die einfach gut aussehen. So, und du fährst noch ohne. Und du auch. Ne, das ist nicht gut. So, wir müssen uns mal hier weiter... Wir müssen uns hier mal weiter mit Städte kümmern. Ähm, wir verbinden die erstmal hier so. Nur, du kannst hier unten lang, du kannst hier lang. Dann... 300.000 Jahre Gebäudeabriss ist immer teuer. Du bist hier oben. Du bist hier rein. 1,3 Millionen haben wir noch. Ähm, ich hätte gerne... Gibt es auch irgendwelche... An der Stelle international. Was ist das denn? Okay. Das ist der... Achso, das ist der Abstand. Ich hätte die gerne. Dann, wir nehmen dieses... Finde ich dieses wunderschöne kleine Häuschen hier. Oder? Ne. So, aber nicht direkt dran. Direkt dran ist blöd. Das wird nur umgefahren. Wobei, wir machen das hier. Hier sieht es gut aus. Ähm... Also zumindest vom Abstand her. So, wir fahren da hoch. Dann fährt er einmal hier lang. Dann einmal hier hin. Dann einmal hier hin. Dann einmal hier oben. Dann hält er noch hier. Und dann ist er wieder da. Okay. Ich hab noch gar nicht nachguckt. Was haben wir denn überhaupt an Busse und an... Vor allem an Trams? Das ist, glaube ich, noch ziemlich gut zu wissen. Ähm, du kommst mal ins Industriegebiet. Zwar möglichst ohne, dass ich ein Gebäude abreiße. Also auf die andere Seite. So. Einmal hier hin. Hier haben wir nur Standarddinge. Das ist aber okay. Postkutschen. Ähm... Linie 2 ist das jetzt gerade. Wir sollten die vielleicht von Anfang an benennen. Diesmal tatsächlich. Ja... Ich glaube, das wird mir gerade noch nicht angezeigt. Aber es sollte so weit funktionieren. Kirchplatz 2. Kirchplatz 2. Hier. Hier. Der soll eigentlich... Hier. Kirchplatz 1. Ah. Ah. Oh, Leute. Weil ich ein A und wie ich vergessen habe. Uh. So. Wir haben jetzt... Ähm... Wir nehmen das hier mal Ost. Schreiben wir mal davor, weil es hier Ostgebiet ist. Ähm... 10. 10 Stück. Für Trasto Bus 1. Die Fahrzeuge kriegen diese Farbe. Yes. So. Wie machen wir das in dieser Stadt denn? Weil hier haben wir jetzt hier zum Beispiel eine ziemlich lange... ziemlich lange Strecke. Ähm... Kommen wir aber eigentlich fast so weit besser rum. Ähm... Ich will... Ich fahre es hier mal so. Ich setze eigentlich nicht so weit hoch. Das nächste Auto-Safe. Und... Bisschen runter. Dann... Kommen wir die Straße mal. Wir führen das Stück. Okay. Kommen wir auch hier irgendwie wieder im Kreis. Wir können... So rum, so rum, so rum, so rum, so rum, so rum. Dahin. Perfekt. Ähm... Aber ich will jetzt nicht wieder dieselben Haltestellen verwenden. Hier unten. Da muss ich hin. Und dann hier hin. Sache ist, wir sind aber deutsch und keine internationalen. Also müssen wir dieselbe Haltestelle. Ja, kommen wir nicht drum rum. Also, einmal halten. Hier unten bitte. Dann hältst du bitte einmal hier. Dann haben wir vorne eine Haltestelle. Wir haben hier eine Haltestelle. Wir haben jetzt zwischen eine Haltestelle. Und wir haben hier eine Haltestelle. Und dann fässt du wieder da ran. Perfekt. Und... So. Einmal. Ähm... Ich hab's nicht oft... Ähm... malen haben. Weil... 1000 Mods. Ja. Performance Patch macht's möglich. Wär auch vorher schon gegangen. Aber Performance Patch hab ich mich erst wirklich dazu getraut. Ähm... Und weil ich vorhin was die Bilder gesehen habe. Ja. Dass wieder jemand das transportiert wird. Und dann dachte so. Geil. Muss ich auch wieder. Habe ich grad irgendwie Lust zu. Deswegen machen wir's einfach. Ähm... Und... Ja. Ne? Fünfte Staffel. Das ist schon... Ist schon ne... Ist schon ne Hausnummer. So. Äh... Vorhin hätte ich nicht gedacht, dass wir irgendwie so schnell die 5 Staffel vollkriegen. Wir haben ja glaub ich irgendwie die zweite Staffel oder so am 1. April letzten Jahres begangen. Weil angefangen. Ähm... Dann schauen wir mal wie lange die Motivation sei jetzt auch mal anhält. Ich hoffe länger. Eigentlich ist das nämlich ein schönes Spiel. Und vor allem ist das eine schöne Anlage. Die Sache ist immer wir brauchen Geld. Ähm... Schnell. Wirklich schnell. Wir müssen eigentlich... Wobei... Ich lass mal kurz überlegen. Wir könnten von hier in Ruhe. Aber wir könnten auch genauso von hier hier raus. Ähm... Vor allem wir haben ja halt auch nur ähm... Ähm... Soweit... Die ist... Ich weiß gar nicht, wie wer die kommt. Ich glaub aus Großbritannien. Aber wir haben jetzt halt so weit auch keine anderen... Ähm... Züge. Aus anderen... Nationen. Eig... Eig... Eigentlich ist das auch die logischste Wahl, dass wir hier die osteuropäischen Züge nehmen. Wir könnten... Söchtenau noch anschließen. Ähm... Wollen wir das sowieso werden? Denk jetzt hier rüber. Dann haben wir hier vorne irgendwie eine Kreuzung. Oh... Das ist aber nicht in leeren Linie auf einem Gleis zu fahren, das wäre schon eine Nummer. Schöne, ganz schöne. Hm... Wofür wir denn hier ein bisschen... Wahrscheinlich ist hier rum schlauer. Gucken wir mal. So... Schnemmen wir uns mal... Einen schönen... Mittelbahnsteig. Das heißt... Wenn wir jetzt sagen... Söchtenau kriegt so ein Bahnhof einen Mittelbahnsteig... Würden wir sagen... Söchtenau ist nicht wichtig. Der Bahnhof ist aber... Der ist immer richtig cool. So... Das wollen wir aber noch gar nicht. Wir müssen erst wieder oben anfangen. Wir müssen erst mal das Ding auseinander bauen. Ähm... Wir brauchen mal einen 1,7 Kilometer langen Bahnhof. So ungefähr die Hälfte von dem Flughafen. So... Wir brauchten so einen langen Bahnhof. So... Come on! Ähm... Eigentlich... Wenn wir hier... Eher bei... 480 Meter wird eigentlich schon cool. Zumindest in die andere Richtung. So in beide? So... Das ist echt teuer. So... Das ist unnötig. Und... Über 80 Meter. Passt sowieso ja nicht mehr hin. Und wir brauchen auch gar keine... Gleise hier außen. Wir brauchen jetzt einfach nur den Bahnhof hier hin. So... Zack! Hier mit Zaun. So... So... Auch wenn es hier alles rein gar nichts bringt. Außer Kosmetik. Aber wir bauen das Ding erstmal hier einfach so hin. So wie es ist. Ähm... Natürlich hier vorne wieder... Bahnhofsfeld. 40 kmh. Und für dich geht's... Übrigens du schmiegst dich hier an. Wobei nein. Ähm... Ne... Quatsch. 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 So zack. Das du nicht. Ähm... Upgrade. Zwei. Zwei. Bauen. Ähm... Das sind die Gleise, die... Hier links sind's. Also erstmal links sind's. So rechts bauen wir keine Gleise hin. Ich hoffe auch, dass die Stadt bis hier nicht hier vorne hin wächst. Ähm... Damit das auch definitiv nicht passieren wird. Zack. So. Einmal die Begrenzung gebaut. Ähm... So wir haben... Wie meinst du? Wie meinst du? Das mal hier vorne. So. Hier 40. Hier vorne 40. Dann bauen wir hier ein schönes Siegnilchen hin. Hier noch eins. Einfachs ist eigentlich gerade gar nicht ganz so wichtig. Ähm... Und jetzt geht's... Jetzt geht ab die Post. So hier. Dieses Gleis. 80. Und eine Tafel... Bitte. Da sind die Tafeln, wenn ich das Tafel befinden darf. Ähm... 80. Ist ab. Hier gesetzlich erlaubt. Sehr schön. Und... Und... Genauso geht's hier nochmal mit 80 drauf, wenn sie wollen. Eine schön lange Zonen-Kurve. Aber man muss bedenken, wenn man hier drauf fährt, dass abgefallen noch 40 ist. So. Wie sieht das eigentlich hier unten aus? Die Züge kriegen hier. So, der Fertflass 1, ne? So, der Fertflass 1, ne? So, der Fertflass 1, ne? Ähm... Ähm... Ja... Wollen wir vor allem ein Signal hin? Und über das fährst du, bitte. Damit dieses... Damit dieses Schild auch Sinn ergibt. Ich würde sagen, hier ist 40. Dann... Ja... Ich würde sagen, hier ist 40. Ich würde sagen, hier ist 80. Wir gehen einfach mal ein Schild mit. Sagen, hier ist 80. Mein Freund. Und... Fall erledigt. Mhm... So, dann passt das hier schon mal. Und dann... Was ist jetzt die Ausfahrt? Dann fährt er hier rüber rein. Fährt er doch, ne? Ja, tut er. Ähm... Wir verpassen dir hier nochmal ein Signal. Ist er nämlich hier geschmeidig da rüberfahren kann problemlos. Weil hier haben wir so weit Platz. Ähm... Und jetzt wollten wir... dieses Gleis hier runter bauen. So... Und dafür müssen wir tatsächlich... Ich bin mir langsam aber sicher... Wir gehen zu weit runter. Eieieiei. Wenn wir sagen, gleich die Höhe, dann passt das sogar. Wow! Okay. Ja hier nicht mitgerechnet. Ähm... Wir ziehen hier mal unseren Bogen weiter. Das ist natürlich jetzt nicht mal einer und der selbe Radius. Aber das ist, glaube ich, soweit nicht tragisch. Ähm... Das sieht... sehr gut aus. Der Bahnübergang. Das gefällt mir doch schon mal. Ähm... Was? Die hier... Wasserbau nicht mehr möglich. Ähm... Die Straße müssen wir durch den Züttelkopf machen. Das glaube ich. Aber ich weiß ja bei Trainfeeder, als die ganzen Irren immer von ein Städten an den anderen gelaufen sind. Das würde ich ja nicht machen. So. Dann wollen wir von einer Städten an den anderen laufen. Wo kommen wir denn da hin? Ähm... Ja. Okay. Wir müssen... Wir müssen hier einen ganz schön... ganz schön... Turn machen. So. Einmal hoch. Ähm... Ungefähr ausrichten. So. Dann wollen wir das so nehmen. Jetzt ist das so aussteuer. So. Wir schneiden hier einmal eine richtige Schneise rein. Aber es wird schön. Wenn man die andere wegkommt, die wird dann hier so quer rüber führen. Und hier zwischen. Noch. D. Das ist sogar richtig gut. Das wird sogar richtig gut, was wir hier bauen. Also für die Zukunft. Simeon. Der passt nicht. Okay. Wir haben das hier soweit. Was? Ähm... Suchen wir mal die Mütze. Die ist ungefähr hier. So. Bis hier vorne. Dann kommst du hier wieder rein. Dann kommst du hier noch ein Einbahnsignal. Und hier ein Einbahnsignal. Ja. Ja. Und... Ja. Und... Dann kommen wir jetzt noch. Ähm... Okay. Das wäre ein Problem. Ich sage hier unten Stopp. Schein. Weil der steht vorne, der steht da. Das passt. So. Weil die Signale brauche ich. Damit die hier auch dann zuril die vorne anhalten. Ähm... Genauso wie ich eigentlich... dann passt das ganze so genau dazu fällt es hier vorne rein das sieht noch nicht so schön aus aber das soll uns jetzt noch nicht zur last fallen du bekommst an dieser seite hier provisorisch ein depot dann machen wir hier unsere linie 2 von schechtenau hier runter ein wenig wasser dann fährst du über dieses signal das ist sehr gut wenn ihr rein fährst du es eben nicht wobei die auch genauso gute ausdritte zeiten können aber ich muss sagen das ist soweit schon mal ziemlich praktisch wie wir es hier haben